Hallo liebe Filmfreunde, hier ist der F-1180 mit der dritten Ausgabe von My Collection und heute geht es um den Film The Big Lebowski, der hat nämlich hier viermal hier stehen. Einmal DVD-Fassung, zweimal Plural und einmal The Big Lebowski-Kit. Und was da jetzt drin ist, erfahrt ihr jetzt gleich. Wir fangen aber erst mal an mit dem Kleinen hier. Der Film finde ich auch richtig grandios. Von den Coen-Brüdern und auf jeden Fall absolut klasse. Macht so viel Spaß anzugucken. Wir haben ja schon glaube ich vier, fünf, sechs, sieben, achtmal, glaube ich gesehen, so oft. Meine Frau finde ich nicht so besonders gut. Aber Jeff Bridges und John Goodman einfach nur cool auch. Steve Buscemi absolut gigantisch und macht echt Spaß, diese Film anzugucken. Ja, wir fangen einfach an mit dem hier. Das ist nämlich die Medienmarkt-Steelbook-Version. Ist jetzt nichts unbedingt Besonderes. Ich weiß, mein FSK-Flatsch ist noch drauf. Ja, und der bleibt auch drauf. Mich stört es mir, wenn der nicht überall steht. Und die machen wir auf. So sieht das hier im Steelbook aus. Leider kein Backmotiv drauf und hat innen drin Werbung für die anderen Steelbooks, was ich sehr schade finde. Aber naja, es ist ein Steelbook und da bin ich auch froh. Und wenn ich hier so reingucke, liebe Freunde, ich habe glaube ich alle, wo da drauf sind. Ja, ja, wirklich alle. I'm crazy. Ja, dann habe ich hier noch dann das Real Hero Steelbook aus den USA. Das gab es eigentlich in Deutschland. Da ist die Blu- und die DVD-Version enthalten, hat natürlich keinen deutschen Ton. Ist natürlich sehr schade. Und ich habe eben diese kompletten Hero Steelbooks nämlich gesammelt. Und deswegen sind jetzt alle komplett. Und hier eben dann eben die US-Version von The Big Lobovsky. Also einiges an Bonusmaterial dabei, war da eben keinen deutschen Ton. Und ich möchte euch jetzt auch nicht unbedingt das in Englisch antun, wie das ausschaut. Wenn ihr es sich anhört, ihr wisst ja. Mein Englisch ist very bad. Ja, die machen wir auf. Und hier ist dann eben das schöne Motiv, was mir wirklich gut gefällt. Hier eben The Big Lobovsky in schöner Schrift. Und hier eben das Backmotiv, leider wieder kein Backbild. Und hier eben dann der digitale Code. Und innen sind leider natürlich kein Innendruck, wie bei anderen auch. Was ich aber sehr schade finde. Ja, dann haben wir hier noch was. Und zwar die DVD-Version in der Collectors Edition. Können wir uns auch in die Seite schieben. Nämlich das hier. Ist ein richtig großes Metallbox. Sehr cooles Teil. Hier ist etwas verstaubt. Und das kann man hier aufmachen. Und da ist einiges an den Specials dabei. The Big Lobovsky Fanbox. Der respektlose Kulthit der Cone-Brüder. Erscheint endlich auch als Spezial-Fan Edition mit jeder Menge Extras. Ja, das ist alles drin. Und hier ist erstmal schon das Zertifikat. Ich habe nochmal 883 von 5000. Sehr cool. Und habe ich hier die DVD-Version. Natürlich in der Armouray. Da gab es keine so Steeprook-mäßig. Weil ich es ja schade finde. Aber wie gesagt, ist er hier noch drin. Dann sind hier zwei Schnapsgläser drin. Ein Hauch von Milch, etwas Kaffeelikör und viel Wodka. The White Washing. Hinten drauf eben The Big Lobovsky. Da sind zwei Stück an der Zahl drin. Sehr groß. Und jetzt kriegen wir ein Staubkommil in den Augen geflogen. Und hier dann eine Bowlingkugel als Anhänger. Als Schlüsselanhänger. Sehr schön, sehr schön. Und habe hier noch ein T-Shirt. Ungetragen natürlich. Ist auch noch eingepackt. Das sieht dann so aus. So sieht es aus. Hat die Größe L. Könnte mir passen. Aber wie gesagt, ist eh eingepackt. Und bleibt auch eingepackt. Ja, das ist so die Kollegen-Edition. Zumindest die Special-Fan-Edition von The Big Lobovsky. Auf DVD noch. Und dann gibt es noch mehr. Keine Sorge. Ich kann es hier reinpacken. Das Zeug. Schuppi-wupp. Deckel drauf. Halt. Das muss auch noch mit rein. Gut. Und jetzt haben wir noch dann das The Big Lobovsky-Kit. Und das Ding ist, glaube ich, aus den USA. Da ist jetzt kein Film drin. Sondern da ist so Extras über diesen Film. Zum Beispiel eine Kaffeetasse ist drin. Ist das, was ich mache einfach auf der Fall. Wenn ihr alles auf Englisch und ihr wisst, mein Englisch ist very bad. Ja, also gut. Wir haben hier. Ich mache mal das raus. Und zwar haben wir hier erstmal ein Little Lobovsky Urban Archive. Set a record of achievement. Das sieht so aus. Dann ist hier noch enthalten ein Mousepad. als Teppich. Ist jetzt aber nicht so besonders schön verarbeitet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber cooles Gimmick-Dots, wie es ausschaut. Dann haben wir noch eben The Big Lobovsky Man. Ich tue mal kurz die Kamerunen klappen. Dann kann ich es euch mal kurz zeigen. So sieht es aus. Ist sehr fest. Papier ist sehr steif. Steif. Äh, hart. Auch scheiße. Verdammt. Hart, steif. Was habe ich da für Gedanken? Ist auf jeden Fall sehr robust, sagen wir so. Und es ist gut festgeklebt. Hier eben dann der Teppich. Ich muss ihn dir mal wieder angucken. Auf jeden Fall sehr cooles Teil. Und die letzte Seite eben mit der Pin. Und dann geht er nach oben. Und haben wir hier noch eben hier die Kaffeetasse. Dann haben wir hier einen Magnet. Ich denke, ich müsste es sein. Der verbiegbar ist. Dann ein Patch zum Aufnähen. Ist das gut. Und der abgeschnittenen Zehennagel. Also wirklich lustige Sachen dabei. Und eben hier noch dann die Kaffeetasse mit den beiden. Und ein Staying Finishing My Coffee Walter. Das ist so der komplette Inhalt dieser schönen Box. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem 3. Mai Collection. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, ich habe wirklich verrückte Sachen da. Und vor allem viele Sachen von einem und denselben Film stelle ich fest. Aber ganz ehrlich, ich mache das jetzt auch aus dem Grund mal, dass ich auch mal wieder diese Sachen oder alle angucke. Weil ich habe jetzt alles mit dem Regal stehen. Aber ich weiß schon fast gar nicht, was da drin ist. Und das ist das Coole jetzt, wenn ich diese Videos nochmal so wiederhole von diesen ganzen großen Editionen. Dann weiß ich jetzt wieder, was ich alles wieder habe. Das ist voll cool. Und macht auch sehr viel Spaß. Und so bekommen wir Lust, diese Filme anzugucken. Avatar zum Beispiel, als nächstes wieder nach diesem Video angeguckt. Und es macht einfach wieder Spaß. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mich an der Wolke hier unten abonnieren, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal, euer 480. Viel Spaß bei meinen anderen Videos noch. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020